Ein Kerl des Kranichs und das Märchen vom Kranich und dem weißen Kaninchen. Eine private Mission. 17 Meter? Nee, dann machen wir das hier weiter. Ist ja lustig. Ist das nur 17 Meter entfernt? Achso. Weil ich doof bin. Was ist das los? Okay. Kannst du mir mehr Details verraten? Hast du den Namen wirklich noch nie zuvor gehört? Nicht einmal? Ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt Mädchen oder Mädchen ist. Ich bin mir nicht so jungen, wer... Ah, okay. Natürlich. Deswegen hast du dich an mich gewandt. Ein Freund. Hm. So thymisch-Palmung. Nee, gerne. Absolut würde es uns nichts ausmachen. Okay. Jo. Ah, das ist jetzt Kranich und weißes Kaninchen. Ähm. Aber... Bin ich verwirrt. Ich wollte doch das hier. Genau. Aber eigentlich können wir jetzt nicht einfach was anderes machen. Es wäre fast besser, wenn wir hier jetzt auch weitermachen, ne? Mach mir auch weiter. Wie habt ihr Wünsche? Wo ist hier eigentlich... Da. 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 Da ist die Abenteuerkilde. Hä? Das hat doch jetzt eigentlich gar keinen Sinn gemacht. Ah, guck mal. Hey, Friend. Ähm. Hallo, Abenteuerin. Sind deine jüngsten Abenteuer problemlos verlaufen? Das könnte man so sagen. Weniger hätte ich von dir auch nicht erwartet. Mach weiter so und du wirst ganz sicher einen erstklassigen Abenteurer abgeben. Weil wir gerade davon sprechen, die Gilde sucht momentan nach Abenteuern, um Seirai zu erkunden. Interessiert dich das? Die Insel Seirai? Genau. Sie liegt südlich von Narukami und einige Gebiete darauf sind ständigen Stürmen ausgesetzt. Dadurch waren die Forschungsarbeiten der Gilde bis jetzt erschwert. Wir haben schon zwei Abenteuer namens Aiko und Taisuke dorthin gesandt. Sie wollten dort nach einer Möglichkeit suchen, um diesen Sturm zu beruhigen. Allerdings haben sie sie bis jetzt noch keinerlei Hinweise gefunden. Fürchte ich. Reise dazu zur Insel Seirai und zieh dich um, wenn du an diesem Auftrag interessiert bist. Äh, wenn du an diesem Auftrag interessiert bist. Außerdem wird gemunkelt, dass auf dieser Insel ein Schatz vergraben sei. Sei aber bitte nichtsdestoweniger vorsichtig, wenn du Seirai erkundest. Schließlich müssen wir herausfinden, was diese Stürme verursacht. Ah, Sturmjäger. Äh. Äh. Wie ist es so? Herzlich willkommen bei der Abenteuer Gilde. Endlich bist du da. Ich habe schon lange auf dich gewartet, eure Abenteurin. Noch... noch eine, Catherine? Noch eine? Oh, das ist schon einmal mehrere Catherines zur gleichen Zeit gesehen? Wenn nicht, dann war ich das sicher jedes Mal selbst. Als einzige ganzjährige arbeitende Empfangsdame der Abenteuer Gilde benutze ich ein spezielles Werkzeug, um mich in wichtigen Angelegenheiten blitzschnell in der Welt zu bewegen. Sobald ich mit dieser Seite des Geschäfts für dich fertig bin, muss ich meine Teleportation nach Fontaine fortsetzen. Die Abenteurer sind dort berüchtigt für ihre Pfennig-Buchserei und müssen gut empfangen werden. Ich würde mich auch gern teleportieren. Jedoch. Ups. Kannst du das glauben? Tut mir leid, das mit der Vergänglichkeit war ein Scherz. Also nimm es bitte noch nicht... Schöhnlich? Propos Teleportation. Weißt du nicht auch, wie man Teleportationspunkte benutzt? Nun gut, davon will ich deine Abenteuer nicht aufhalten. Komm, ich werde dir die Angelegenheit der Abenteuer Gilde in Inasuma für dich erledigen. Sobald das erledigt ist, kannst du weiterhin Missionen bei der Abenteuer Gilde in Inasuma aufnehmen und andere Dienste in Anspruch nehmen. Ed Abisdorf, zu den Sternen und Abgründen Abenteurerin. Ad Astra Abisdorf, so. Zur Erkundung entsenden. Okay. Ich werde so... Okay. Schau da! Oder ziehe grad'n frei, ne? Ähm... Dann... Dann, dann, dann... Dann, dann! Dann, dann! Dann, dann! Dann, dann! Dann, dann! Dann, dann! Abgeschlossen. Abgeschlossen. Ember. Und Inasu. Nein, hier nicht. Gut. Dann ebenso. Dann will ich die Sachen halt noch nicht automatisch. Ist ja auch nicht ganz so schlimm. Die hingen wir auch so hin. Da klitzert es. Gehst du dorthin, Ayaka? Ach ja? Und das heißt, dass du nicht feiern darfst. So, while festivals are undoubtedly joyous and lively occasions, for us, they are also a cause for concern. Hm. Oh, my apologies. I should stop thinking about work. This is hardly relevant to the matter at hand. This store here is the place I wanted to visit. Hm. Okay. Oh, so you weren't checking out the promotion? Well, let's take a look inside then. Weil man trifft halt, trifft es halt einfach immer auf den Punkt, ne? Will es nur nicht zugeben. Welcome. I have all the latest styles. Please take a look. Total schön. Oh, it's Miss Kamisato. With guests from overseas. Welcome to Ogura Textiles and Kimonos. Are you here to purchase fabric or for tailored garments? Oh, greetings to you too. I have a design here for a garment. Would you be so kind as to take a look? Oh, Ayaka came prepared. Let me see. Hmm. Hmm. This could be... Mm-hmm. It could be... Oh, it's a very fine design. Miss Kamisato, you'd like us to make a kimono following this design, yes? Please, if you could. I'm honored that you'd choose Ogura Textiles and Kimonos for your tailoring needs. However, there is one rather difficult problem. Ah, klar. Based on the design, this kind of kimono would require silk made from the silk flower. The majority of Inazuma's silk is imported from Liyue Harbor, but given the current climate... As you well know, Inazuma is currently under a strict lockdown. In all honesty, the impact on the textiles industry has been quite significant. We're struggling to import high-grade fabrics. So much of our tailoring business has been put on hold indefinitely. Oh, yeah. But of course, where our customers are able to provide the fabric themselves, we can still be of service. Shut up. So you're saying we need to go and buy some silk first? If even Ogura Textiles and Kimonos can't get a hold of high-grade fabric, where would we buy it from? You could try the International Trade Association. They are a little better connected than we are. After all, the association brings together merchants from all over the world. Yeah, that's true. The only thing is their prices. They're not the cheapest. In times like these, though, we're lucky to even have an option of getting a hold of the things we want in the first place. Verständlicherweise. Huh. So even just getting clothes made is an ordeal in Inazuma. Wait. The International Trade Association? That's Karisu's thing, right? We haven't been to Rito in a while. Hmm. It looks like that will be our next stop. Thank you ever so much. We will be back once we've acquired the fabric. Oh. In the meantime, I have one other very small request. Could you? Why is she being so secretive all of a sudden? Mm-hmm. Absolutely. Much obliged. My pleasure, Miss Kamisato. Honestly, I'm just as excited as you to see the end product. We haven't made a silk kimono for the longest time now, and this is a beautiful design. Okay. That's very kind of you. Thank you. Goodbye for now. Traveler Paimon? Let's try your luck at the International Trade Association. Yeah. Okay. Das machen wir. Aber jetzt will ich das Glitzern einsammeln. Okay. Wird da noch was? ... Okay. 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 Oh, da kommt's aber. Gaunt ich. Würde ich nie tun. Nö, 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 nö. Würde ich nie tun. Nö, 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 nö. Nö, nö. Ne, das sieht ja auch lecker aus. Ab nach Ritur. Ja. Ähm. Ach da. Ich bin einfach von da. Ich bin einfach von der Kamisato. Es ist wirklich eine Weile her, dass wir uns begegnet sind. Was? 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 Okay. Was? 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 Was ist das? Jetzt aber, da sind die Fußspuren So, hier geht's weiter Wir sehen hier zumindest mal nicht Da sind welche Die für uns wichtig sind Die zuhause Okay, reden die drei alle gleichzeitig? Mehr ihr, ihr, es sind drei Ja? Ja? I just had an idea Since you came all this way Do some business Business? Pay up And you can take your fabric back Sound good? If you ask me It beats walking out of here with black eyes and a broken nose Zum Glück sind wir da You're just a big bully I What choice do I have? Du hast mindestens zwei Leute in deiner Nähe, die sehr gut kämpfen können Wait Mr. Kurisu Please do not pay any money to this man But, but I trust you remember our agreement If you keep your lips firmly sealed I too shall uphold my end of the deal Oh Yes, of course Then please stand well back Where it is safe Now It is time for me to honor my word Let's get down to business Oh Oh Ich war grad überrascht, ich war grad eben nicht Hey 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 Normal Oh Phoenix Ah, wie gemein Oh, da kommt noch mehr Ja Let's get down to business Ja, komm Alle ein bisschen nass werden Und schon Damn Jo Huch Jetzt aber Hätte besser laufen können Hätte besser laufen können Es ist immer, wenn man einen Char hat, mit dem man noch nie gekämpft hat Muss man auch erstmal klarkommen Das war unglaublich, Ayaka Einfach sah es nicht aus, nein No Please I It was nothing I was simply doing my duty Miss Kamisato Traveler Are you hurt? Don't worry We're fine The vagrants left in quite a hurry It would seem they didn't have time to take anything with them I believe your stolen goods should all be here Thank you Thank you so much You'd best do a count Six, eight, ten Yep It's all here Great Now we can finally buy some silk Buy silk? You mean you need some of the silk here? Ich sag doch, es war eigentlich nur in Eigeninteresse This was indeed our intent Don't get us wrong though That's not the reason we helped you out Even if it were just a few carrots or cabbages Chances are we still would have helped you get them back So Wir schon mit Paimon zusammen Paimon thinks we're pretty lucky If we arrived any later Our chances of getting silk and Inazuma would have been zero I honestly can't thank you all enough Please, say no more You need silk? I'll pick out a piece for you right away Good Thank you, good sir How much do I owe you? Oh, it's free of charge I could never ask you to pay after everything you've done for me No, no, that will never do Things cost what they cost And what they cost is what I shall pay Merchants already have enough challenges to deal with And as Paimon explained My help was unconditional Please, sell your wares to me at the price you would sell them to any other customer It makes it extra cheap There is nothing to feel distressed about Because nothing I repeat nothing happened here in these woods today Did it? Mhm Nein, nur ein unspektakulärer Spaziergang durch den Wald Thank you, I... I don't think I could ever repay you You have helped me greatly and I will never forget it Yeah, but that's just not to talk about it I'm... I'm afraid we must part ways I must get these goods back to the association If you ever need anything at all Just come to the international trade association and ask for Curry Sue Gerne Und danke Very well And thank you for the silk, Mr. Curry Sue See you then Bye Safe journey home Don't go getting robbed again Lass dich nicht wieder ausrauben Oh man Traveler Thank you for stepping in to help out Das war keine große Sache But how come those vagrants didn't seem to know who you were? They must move in completely different circles Maybe they've never seen anyone from the Kamisato clan before Perhaps Either way, I'm glad they didn't recognize me The fewer people who know what happened today, the better It's not every day an important person like you helps out someone like Kurisu It really shows what a great person you are Yeah Oh, uh Your praise is quite unwarranted I merely did what anyone in my position would have done Yeah, I'm glad you're not so glad that it's everyone in my position would have done I admit that it did feel strange for me to come to his aid But this should have nothing to do with identity or social class As far as I'm concerned It was one individual helping another in need I guess that deep down I don't see how a society can be considered just When people encounter such obstacles in their livelihoods Hm Sorry, I'm getting off topic Ein Problem Let's head back to Agra Textiles in Kimonos And give our hard-won silk to the shopkeeper Jawol Gut Well, why am I here? Why am I here? Why am I here? Why am I here? Vielen Dank.